Hallo liebe Gamer und willkommen zu PixelFragt. Bei PixelFragt stelle ich euch Fragen, die ihr in den Kommentaren möglichst witzig beantworten dürft. Für die zweite Folge hatte ich euch zuletzt die Frage gestellt, welche Waffe würdet ihr euch für euer Lieblingsspiel wünschen? Ich hätte in GTA 5 gerne die Bilou-Kanone. Damit könnte ich meine Feinde vergiften. Ich würde mir den Bilou-Dusch-Schaum wünschen, weil die Gegner wegen dem Geruch dieses Schaums instant sterben würden. Ich möchte das BB-Phone, damit ich mir in GTA 5 mir eine Bilou-Kanone kaufen könnte und dann alle vergiften könnte. Ich hätte gerne eine Portal-Gun, weil wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht hätte, könnte ich mich aus der Schule teleportieren. Du weißt aber schon, dass der Lehrer dich durch das Portal verfolgen kann, oder? Einen Stachipanzer Mario Kart in GTA Online als Spezial-Pickup. Ich hätte gerne einen Unterhosen-Blaster, damit Pixel, Erzin und Trevor auch mal einen haben. Äh, bitte was? Das ist nicht Pixel fragt, sondern Manuel Neuer. Okay, das wird mir jetzt zu gruselig. Ich hätte gerne für meine Lieblingsspiele-Reihe Batman Arkham eine AK-47, denn dann müsste ich nicht immer boxen und würde dann auch noch Geld sparen, denn wenn ich nicht boxen müsste, wären meine Fäuste nicht so blutig und ich müsste nicht so oft zur Wäscherei. Jaja, genau. Ich hätte gerne das Saugen und die Kopierfähigkeit von Kirby in Black Ops 3, weil ich dann alle Kugeln oder Waffen einsaugen und mich dann selbst in eine gigantische Knarre verwandeln könnte. Ich halte Kirby übrigens für den stärksten Held überhaupt in allen Spielen. Er saugt nämlich alles ein und absorbiert Gegnerfähigkeiten und ist damit quasi unbesiegbar. Einen Mini-Todesstern für Battlefront. Damit kann ich den ganzen Planet einfach wegsprengen. Ja, eine sehr gute Idee, vor allen Dingen, wenn du dich auf dem selben Planeten befindest. Ich hätte gerne die Fuzzman aus Fallout 4 in Black Ops 3, Zombies und Multiplayer. Aha, Fuzzman. Hm, meinst du vielleicht FAZman? Die Pixelgun. Ich hätte gerne die Saugkanone aus Ratchet & Clank, weil ich dann in diversen Online-Shootern meine Feinde einsaugen kann und sie auf andere Feinde abfeuern kann. Eine Dildo-Waffe, die Kondome schießt. Äh, zum einen macht das überhaupt Sinn. Und zum anderen, Leute, in euren ganzen Kommentaren erwähnt ihr ständig Dildos und Phallus-ähnliche Gegenstände. Wollt ihr mir damit etwas sagen? Ich hätte gerne eine Penispistole, dann hätte ich immer mein Ding in der Hand. Äh, jetzt mal ernsthaft, Leute, das muss echt aufhören. Ich hätte gerne eine John Cena Gun in GTA 5. Meine Mom, da rennen alle mit Absicht weg. Ich würde mir die Taste schlagen bei FIFA 16 wünschen, damit ich den Schiedsrichter verprügeln könnte, wenn er mir eine rote Karte gibt. Ich wünsche mir eine Bananenkanone für Mario Kart, denn damit bekomme ich jeden Gegner. Kampfkatzenminenleger. Keiner will süße Katzen killen, aber sie killen dich. Alternative Namen? Pussy-Mine, Muschischocker, Miauzer, Krallenfaucher und vieles mehr. Ähm, Muschischocker? Ich würde gerne die II3 aus Star Wars Battlefront haben, denn dann könnte ich mich bei der Gamescom vordrängeln. Ich hätte gerne die Portal Gun in Need for Speed, denn dann könnte ich mich ins Ziel teleportieren. Ich hätte gerne einen Assassinenblade, damit ich nicht mehr einen Pizzaschneider brauche. Immer wenn ich ihn brauche, ist er weg. Ich hätte am liebsten einen Wurfscheißhaufen. Eine Bitchkanone. Ich möchte ein Minecraft-Schwert haben in Black Ops 3. Ist doch cool, oder? Nein. Stimmt. Ich hätte gerne eine Kartoffelschleuder, dann habe ich nie Hunger. Hm, wie wäre es denn aber besser, mit einer Schweinshaxenschleuder oder einer Keep-Up-Schleuder? Den Sittig of Truth, weil er allmächtig ist. Ja, schade, dass deine Rechtschreibung nicht so allmächtig ist. Vielen Dank für die witzigen Zuschriften und hier kommt die Frage für das nächste Mal. Welche Superheldenfähigkeit sollte es in einem Spiel geben? Und zwar eine Fähigkeit, die es bisher noch in keinem Spiel gibt. Dann wird das Ganze mal ein bisschen interessanter. Schreibt eure möglichst witzige und absurde Antwort unten in die Kommentare. Die Betonung liegt auf witzig und absurd. In diesem Sinne noch viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal.